Es geht schon weiter bei Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Ich bin's heute, MC Muffix, und im letzten Part haben die uns hier durch die Höhlen gekämpft. Diese Höhle ist voller Ameisenlöwen. Und ja, aber das noch Schlimmere, was passiert ist, und das schon im vorletzten Part sogar, im ersten Part, Alex wurde von einem Mini-Strider angegriffen und tödlich verwundet. Ich glaube, sie lebt noch, aber wir wissen es nicht. Ein Wartigound hat gesagt, dass sie heilen kann möglicherweise und das Portale leidt. Hört sich hier nicht an. Zombies. Ja, und er bringt sie zu anderen Wartigounds, und die können sie vielleicht wiederbeleben. Wo sind wir jetzt? Ich bin kein Ameisenlöwe. Wo sind wir jetzt? Hallo? Du Blödmann, das ist Gordon Freeman. Der Wartigound sagt, er sei auf dem Weg. Dr. Freeman, Alex Wanns ist hier drüben. Der Wart kümmert sich um sie. Ist doch gut, und mich kriegt wieder blöd. Ich meine, alle machen mich hier schon wieder fertig. Was gibt es hier? Oh, wie es aussieht, sind wir hier in einem Lager? Oh! Ah, da gibt es... Statt euch an, das sind diese coolen, explodierenden Minen da, und die haben die angemalt, so, mit einem Lambda-Zeichen und so. Finde ich lustig. Haben die ja zufällig eine Waffe für mich oder irgendwas Cooles? Also da ist schon mal irgendwas... Ich hätte jetzt gerne einfach irgendwie so ein Maschinengewehr oder so. Da ist ein Turm, der ist wahrscheinlich auf Gegner gerichtet. Und ja. Okay, schauen wir... Oh, da ist Alex! Alex? SMG! Ja! Alex Wanns ringt mit dem Tode. Die meinen sind noch nicht da. Fürs Erste müssen wir ungestört sein. Ach nee, jetzt müssen wir uns verteidigen. Ja, also das. Wenn du schon da bist, Freeman, kannst du uns auch helfen. Ich erkläre dir, die Ameisenlöwensensoren. Hier ist Nachschub, wenn was ist. Medikids, Munition und so. Äh, warte, wo? Wo? Ich hab das jetzt nur Munition gesehen. Ja, hier ist Munition für Stockland. Der Sensor leuchtet, wenn ein Ameisenlöwe durch den Tunnel kommt. Mehr Lichter heißt mehr Ameisenlöwen. Wenn ein Tunnel aufleuchtet, blockieren wir ihn mit Türmen. Ganz schön einfach, ha? Hey, Doc! Auf dem Weg hierher, dir ist niemand gefolgt, oder? Hör nicht auf ihn, Doc. Wir sind angespannt, denn hier wimmelt's von Ameisenlöwen. Der Wort sagt, solange wir nicht auf ihre Larven treten, sollten sie uns vom Nest aus nicht hören. Nun ja, ich würd's nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Wir haben nur noch zwei Türme. Und selbst die sind nur noch mit Draht und Klebeband zusammengehalten. Gut sie da zu haben. Aber ich würd nicht die Hand für sie ins Feuer legen. Hey, Griggs, zeig Dr. Freeman doch mal, wo der Nachschub ist, ja? Oh ja, da unten beim Wort. Alles, was du brauchst. Sie kommen! Okay, gut, äh, gut, äh, es sind aber nur zwei Rebellen hier, das ist voll wenig. Ja, das ist jetzt noch nicht allzu schwer. Ich warte, am Ende kommt da um einiges mehr. Ja, das lasse ich mal hier, obwohl ich habe ja unbegänns Munition. Zack! Zack! Zack, mach ich sogar hier Double-Stock-Anschuss. Ah, das gefällt mir hier, unbegänns Munition. Das gefällt mir, echt, man. Habt ihr scheiß Ameisenlöwen davon. Einfach nur, dass ihr existiert, echt, man. Das habt ihr verdient. Ich hoffe aber, es kommt keine Ameisenwächter, weil eigentlich haben wir ja einen gesehen. Habt ihr schon mal einen Ameisenlöwen gesehen? Äh, ja. Entschuldigung. Pst, macht mich hier gleich seelisch, ich werde dich hier. Äh. Hierher, Shackley! Ja, hab' den Durchdruck. Alles okay, solange sie nur einen Tunnel nehmen. Äh, dann ist ja echt, das ist nicht schlimm. Hey Freeman, kümmere dich um die Tunnel. Okay, okay, schnell, ich bin schon da. Hallo? Okay, bin da, schieß. Tschüss! Ja, da muss man bis jetzt noch nicht so auffassen. Ist ja echt bis jetzt so kleine Kinderschutzung hier. Ach, süß. Okay. Ach, Freeman, es war richtig ruhig hier, bis du kamst. Ach, das hören wir viel zu oft. Oh, scheiße, komm. Ich laufe doch. Komm schon, komme. Okay, gut. Komm, 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 komm. Aber wir haben nur einen Tunnel, ja, verdammt der Anlass auf der anderen Seite, egal. Oh, da kommen jetzt mehr Ameisenlöwen, oder? Aber egal, es gefällt mir hier. Unbeginnnsmotion, oh, hier steh' ich mich hin und balle, alles ab, was kommt. Der Ohrfeuer. Oh. Boah. Keine Sorge, hier sterb schon nicht. Ich bin ja da, der kleine Gordi hier. Oh, aber echt, man. Es sind nur zwei Leuchten. Ey, was passiert dann bitte bei drei Leuchten? Ey, Mann, das waren wir jetzt eigentlich schon zu viele. Komm schon, bleib dran. Ich bin schon hier. Bleiben wir einfach hier. Bleiben wir einfach hier? Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt kommt da welche. Ich wusste es. Okay. Ja, nein, klar. Die sind nur 1,20 groß. Wer ist 1,20 groß? Ach, ich hab keine Ahnung. Egal. Ich führ jetzt hier mal so ein von den Dingern hin. Einfach so aus Prinzip. Haben wir von denen auch umgegänzt? Ich glaub nicht. Aber egal. So. Na, geil. Schon für die erste rauskommen. Also, ihr schafft es da drüben. Ich muss mich hier um die kümmern. Ach, geil. Ach, geil. Oh, ich liebe die Türme. Echt mal, wenn die so schön umgepult sind. Ach, dann gibt es noch nichts Schöneres. Ach, eigentlich sind Ameisenlöwen ganz süß, wenn man unbegänzt Mulsionen hat. Ach, geil. Ich bin schon da, ich bin schon da. Was, sie kommt von rüber? Sie kommt. Och, scheiße. Jetzt kommen da von drei Seiten welche. Hallo. Da. Und da. Jetzt führ ich mal ein paar von den Minen hin. Okay, ich steppe, muss mich hier hinstellen und da auf Feuer machen. Äh, tödliche Ernte. Ach, geil. Sie sind jetzt schon durch. Ach, geil. Geht doch weg. Oh. Rapaziert mich jetzt. Echt, Mann. Braut, Freeman. Da musst du mal nachladen. Oh, geil. Oh, geil. Ich brauche Leben. Super. Hey, Doc. Deck den Durchbruch. Bei zwölf. Wir haben 24. 24? Was war mit dem Loch los? Ach, geil. Jetzt kommen sie von allen Seiten, oder was? Oh, überall Gravity Guns hier in Turm. Da. Ach, geil. Da kommen auch noch welche. Okay, hier muss ich mich alleine kümmern um die. Ja, geil. Meine Drohnen sind schon weg. Ich stelle mich jetzt hier unten hin. Okay, ich hoffe, der Turm kann die erledigen. Haut's ab, echt. Ey, die halten voll viel aus. Boah. Scheiße, Mann. Ich werde jetzt kommen, alle von allen Seiten. Ich tue schon mal hier welche hin. Ach, geil. Ach, geil. Äh, what the hell? Ja, was soll ich dagegen machen? Ich stelle mich jetzt hier mit meiner Schockgang hin, wenn ich sie finde. Okay, da steht ein Turm. Da passen die beiden auf und hier schieße ich. Klappt ja gut. Klappt ja gut. Klappt ja gut. Übertreibt kein Stück. Oh, aber er lebt noch. Das ist schon mal halbwegs zu. Ah, scheiße, sind ja noch welche. Ne, kleinen Flaschennamen. Ach, schade. Das muss größe sein als Gedanken. Äh, nur etwas. Nur ein ganz grünes bisschen. Zwei Lichter. Wir können nicht mehr lange. Wir nehmen 36. Du musst alle Tunnel beobachten, Freeman. Alle Türme. Wir schaffen das am Arsch. Aber sonst... Ich kann mich jetzt hier mit meiner Schockgang hinstellen. Okay. Äh, der Ton passt auf. Der Ton passt auf. Okay, gut. Was? Ist Stanley tot, oder was? Oh, ich hoffe, die können nicht sterben. Ja, ich helfe doch schon. Oh nein! Jetzt ist ein Turm kaputt. Was? Ein Turm ist kaputt? Äh, was geht jetzt ab? Ja, okay, das war's dann. Jetzt ist der letzte Turm kaputt. Äh, geil. Ich hoffe, das soll so sein, denn... Ich weiß, dass ich es nicht verkannt habe, aber ich hab gedacht, es kürzt bis jetzt so. Ich muss... Ah, mein Leben, ihr seid schon hässliche Querturmen, gell? Okay, wir haben kein Turm mehr. Ja, das war's, würde ich sagen. Wir können sterben. Ja, rollt es... Drei Lichter, wir haben drei Lichter. Warum sind das so viele? Das frage ich mich auch. Dafür zu beschädigen. Äh, nur um so 10 Millionen, nur so um 10 Millionen. Los, oh Gott. Los, drei Lichter. Was heißt drei Lichter? Was heißt, dass die Tunneln jetzt zusammenbrechen? Ach, episch. Hier, vielfisch zusammen. Oh, echt, das war jetzt mal große Hilfe. Oh, da kommt der Wati. Oh, wir haben's geschafft. Ja, 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 wusste ich. Wollt ihr nur, wollt ihr nur, wollt ihr nur, wollt ihr nur, wollt ihr nur... Ah, Dr. Ray. Ihr seid zum Arschlächeln, Wati uns. Bedauerlich. Die Verzögerung. Ihr habt mich zu Tode erschreckt, ob sonst. Wir töteten viele Ameisenlöwen. Doch viele sind noch übrig. Alex Wans braucht unsere Hilfe. Keine Zeit. Zu viele Ameisenlöwen. Ich tue hier einfach mal Minen hin. Finde ich cool, übrigens, dass die Wati-Gons nicht durch die Dinger explodieren. Und die explodieren dann nicht mehr bei mir, das finde ich auch schon mal praktisch. Okay, die Wati-Gons helfen uns jetzt. Oh, das ist gut. Wir werden sonst auch gut. Oh, Mist. Alles leuchtet. Den Betonneln. Ähm. Eigentlich wäre ich gar nicht hier. Ähm, nein, aber ich glaube, das ist jetzt scheißegal. Ach, geil. Okay, ich gammle mich hier unten zu den Wati-Gons. Oh, jetzt heißt es, hier epische Schlag gegen die Wati-Gons. Ey, ganz wichtig. Ich freue mich echt, die Wati-Gons sind echt cool geworden. Zack. What the fuck? Wie die reinhauen. Die hauen die mit einen Schlag weg. Hey, ganz ehrlich. Wenn hier nicht umgegends mich zu suchen würde, ich würde mich einmal hier hinlegen und hier zuschauen. Schaut euch die Ani machen die fertig. Wow, schon, ich habe das. Awesome. äh, was? Das grüne Licht, das tut dir gut. Oh, keine Munition mehr, Scheiße. Egal, Grab the Gun Action. Sind da noch welche? Ja, natürlich. Darf ich mir kurz Munition holen? Dankeschön. Oh, ja, ge- Scheiße, ich würde hier von allem nicht sein. Oh, echt, man. Die Wards, ey, man schaut euch die an, wie die reinhauen. Ey, die brauchen eigentlich gar keine Unterstützung. Ich helfe ihnen aber trotzdem. Ich bin immer noch Gottfried Man in die Bresche springen. Oh, wie die geil reinhauen. Okay, aber ich glaube, das war's vom größten Ansturm. Ist ihr schon mal gut? Wir haben ihre Anzahl hier erschöpft. Nun zum nächsten dringenden Problem. Alex Vance. Sie ist schwer verletzt. Eine tiefe Versenkung in der Worte-Sense ist nötig. Ganz recht. Wir benötigen das Larven-Extrakt. Ah, ja. Das Extrakt. Das Extrakt. Ja, ja. Was ist das Extrakt? Ich will das Extrakt suchen. Okay. Such's allein. Ich hab keinen Bock, in das Netz zu gehen. Such's allein. Ja, nimm dir ein Rigsby mit. Wir müssen bleiben, weil Alex Vance am Leben zu erhalten. Komm her mit dem Dr. Kannst du dir nicht die beiden mitnehmen? Das geht keinen besseren Mitstreiter. Richtig. Was geht mit denen ab? Okay. Wo geht's jetzt lang? Okay, aber bevor wir jetzt dem netten Wotigond hier folgen und der uns dann hilft. Alex, dann machen wir erst mal einen kleinen Cut und sehen uns das nicht mal wieder. Und dann hoffentlich nicht mehr mit ganz so vielen Armen. Obwohl, jetzt gehen wir in den Nest rein. Oh nein. Und wo ein Nest ist, ist das meistens noch eine Mami. Ach, ne. Zum Glück machen wir es erst beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ciao.